Dann schauen wir mal rein. Ganz kurz bevor es losgeht, es arbeitet ja schon seit Jahren ein größeres Team an diesen Videos. Auch wenn viele von euch uns noch als die zwei Studenten von damals kennen. Oder vielleicht habt ihr gar keinen Plan, wer diese Videos macht. Auch okay. So oder so wollten wir Marcel aus dem Team zum Test einfach mal die Möglichkeit geben, dieses Video einzusprechen. Er kommt vom Radio und hat echt eine nice Stimme. Bitte gebt ihm eine Chance, auch wenn es am Anfang vielleicht komischer ist. Wie hoch ist das höchste Gebäude der Welt? Wie viele Herzen hat ein Oktopus? Wer ist Jeffrey Dahmer und was bedeutet eigentlich Agitprop? Für Millionen von Menschen ist Wikipedia die erste Anlaufstelle für Antworten auf die Fragen, die wir uns so stellen. Und während man gerade versucht herauszufinden, wie viele Staffeln The Office es insgesamt gibt, erscheint so ein Banner oben auf der Website. Bitte nicht weiter... Ja, stimmt. Letterscrollen. Es ist ein bisschen unangenehm, daher kommen wir gleich zur Sache. Wir bitten dich, die Unabhängigkeit Wikipedias zu verteidigen. Hilf uns, online zu bleiben. Wenn jeder, der das liest, 3 Dollar gibt, kann Wikipedia für ein weiteres Jahr online und werbefrei bleiben. Die meisten spenden nicht. Sie schauen einfach weg. Oh Mann, sie schauen... Ich hab auch noch nie gespendet. Preis einer Tasse Kaffee würde genügen. Solche Spendenaufrufe gibt es in allen möglichen Sprachen. Wikipedia fragt auf der ganzen Welt nach Geld. Diese Banner wirken teilweise irgendwie fast verzweifelt. Fast so, als würde Wikipedia kurz vor dem Zusammenbruch stehen und die Spenden ganz dringend... Also das ist so eine Seite von so einem Studenten, wisst ihr? ...brauchen. Aber... Der das so aufrechthalten muss auf seinem PC zu Hause. Ist das wirklich so? Jetzt bin ich gespannt. Ich denke, nein, sonst hat es ein Flizismus kein Video gemacht. Ihr merkt, das ganze Video geht jetzt darum, dass es wirklich so ist, man wirklich spenden müsste. Ihr benutzt Winra kostenlos mit Edition? Wisst ihr, wie's Winra geht? Mann! Wikipedia wurde am 15. Januar 2001 von dem Unternehmer Jimmy Wales und dem Philosophen Larry Sanger... Hä, ist doch Dwight von The Office. ...undet. Ursprünglich sollte Wikipedia eine Online-Enzyklopädie werden, deren Einträge von Experten erstellt werden. Testweise veröffentlichten die Gründer dann aber eine vorläufige Version der Plattform, auf der jeder Artikel hinzufügen und bearbeiten konnte. Das Konzept war offensichtlich... Mein bester Prank in meinem Leben war, als ich im Informatikunterricht auf Wikipedia gegangen bin. Und dann hab ich da den Namen abgeändert von irgendeiner Erfinderin zu dem Namen von der Klassenkameradin. Und die war so schuck. Die war richtig so, oh mein Gott, wie krass. Und dann hat sich's aber gemerkt, als ich einfach gereloadet hab und sie war so, schick mir mal die Seite und ich war so, hm, schwierig. ...ein Riesenerfolg. Heute ist Wikipedia eine der meistbesuchten Websites der Welt. Sie wird jeden Monat rund 15 Milliarden Mal aufgerufen. Krass. Weltweit gibt es mehr als 58 Millionen Artikel, allein auf Deutsch sind es... Darauf danach ist man eine Runde Higher-Lower-Game. ...das über 2,7 Millionen. Seit der Gründung finanziert sich Wikipedia größtenteils durch Spenden. Es gibt keine Werbung auf der Plattform. Die Spenden gehen aber nicht an die Millionen von Wiki-Editoren, die die unzähligen Wikipedia-Artikel schreiben und korrigieren. Das machen sie ehrenamtlich. Sie verdienen damit also kein Geld. Das Geld geht an die Wikimedia Foundation, kurz WMF. Das ist die Non-Profit-Organisation hinter Wikipedia. Der Stiftung ging es zu Beginn vorrangig da... WMF macht doch so Töpfe. ...um die Website instand zu halten und einige Angestellte zu bezahlen. Ganz vereinzelt wurden Wiki-Editoren für bestimmte Projekte auch finanziell unterstützt. Der erste Spendenaufruf der Stiftung findet 2005 statt. Schon damals nutzt sie dafür Banner über den Artikeln der Website. Das Ziel ist es zunächst, insgesamt 75.000 US-Dollar einzusammeln. Dieses Spendenziel wird um fast 20.000 Dollar übertroffen. Ein paar Monate später liegt das nächste Spendenziel bereits bei 200.000 Dollar. Auch das wird direkt erreicht. Mit den Jahren kommen die Aufrufe immer häufiger. 2010 wird der Gründer der Stiftung Jimmy Wales auf vielen der Spendenbanner abgebildet. Sein persönlicher Aufruf soll mehr Menschen zum Spenden... Ganz ehrlich, ich finde das ist für mich unendlich viel weniger ein Ding, wo ich sage, dass ich spende. Wenn da so ein reich aussehender weißer Mann im Hemd drauf ist, bin ich so, oh Mann, dem geht es bestimmt finanziell schlecht. Daraufhin wird Wales zum Meme, das Gesicht des Wikipedia-Chefs... Wombat! ...plötzlich überall. Aufgrund des rapiden Wachstums von Wikipedia benötigt die Stiftung zunächst auch tatsächlich von Jahr zu Jahr mehr Geld. 2013 beziffert der damalige stellvertretende Direktor der Wikimedia-Stiftung, das benötigt die Budget... Ich frage mich, was für Leute das sind, die so Wikipedia-Artikel direkt wieder umändern, sobald man da was Falsches reinschreibt. Das ist wie auf so dem Reddit-Plays, wenn man so Guardians hat, die so drüber schauen. ...rund 10 Millionen Dollar pro Jahr. Das sei nicht nur genug... Schatz, kommst du endlich ins Bett? Ich kann nicht, ich muss Wikipedia-Artikel ändern, sorry. Wikipedia braucht mich gerade, Schatz. Damit könne man zusätzlich auch die Wikimedia-Mission durch verschiedene Projekte und Initiativen erfüllen. Jetzt ist es 2023. Es gibt immer noch regelmäßig Spendenaufrufe auf der ganzen Welt. Hier aus Chile, hier aus England, hier aus den USA und hier aus Deutschland. Und ist das die Irish Donation? Die Irish Donation ist 16 Dollar. Damn! Gut. USA und hier aus Deutschland. Und teilweise wirken die Aufrufe auch immer noch so, als könnte die Website jeden Moment offline gehen. Zwei Drittel der indischen Bevölkerung... Hab mich jetzt schon übelst da die Stimme gewohnt. ...Böckerungen leben in Armut und müssen mit weniger als zwei US-Dollar pro Tag auskommen. Alter. 2020 wurde in Wikimedia-Spendenaufrufen auf der indischen Version der Seite nach 150 indischen Rupien gefragt. Umgerechnet knapp 1,80 Dollar. In diesen Aufrufen wird dazu aufgefordert, die Unabhängigkeit Wikipedias zu verteidigen. Man solle Wikipedia unterstützen, online zu bleiben und zu wachsen. Wikipedia brauche den indischen Spender. Wirklich. Ein regelmäßiger Spender in den USA wurde während der Corona-Pandemie per Mail von der Wikimedia-Stiftung kontaktiert. Sie bat ihn, die Stiftung in das eigene Testament aufzunehmen. In der Mail war sogar direkt ein Link. Was? Okay, das ist Big Time Sekten-Energy. Holy shit. Sorry, es geht nix über eine Familie. Das geht alles an Wikipedia. Alter, okay, krass. Dieser führte zu einem Anbieter, der es einem ermöglicht, in nur 20 Minuten ein Testament aufzusetzen. Bitte scrollen Sie nicht weg. Viele Leute geben nix und schauen einfach weg und wir brauchen Geld von Ihnen. Das ist Andreas Kolbe. Er ist seit über 15 Jahren ehrenamtlicher Editor bei Wikipedia und Chefredakteur Emeritus bei Design Post. Doch, so habe ich mir den vorgestellt. Relativ so habe ich mir die Wikipedia-Editoren vorgestellt. Der hat noch so einen Röhrenmonitor, wisst ihr? So einen alten, dicken, mit so weißem Rand, fetten. ... und Chefredakteur Emeritus bei Design Post. Eine weiße Tastatur. ... eine Online-Zeitung aus der Wikimedia-Bewegung. Er kritisiert die Spendenkampagne... So eine Kugel in der Maus, ja! ... der Wikimedia-Stiftung seit Jahren, besonders Formulierungen... ... dass Wikipedia an akutem Geldmangel leidet und jetzt dringend Spenden eingefahren werden müssen, damit die Webseite weiterhin bestehen kann. Vor 18 Jahren hat das vielleicht noch gestimmt. Doch heute könnte das nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Die Wikimedia-Foundation ist keinesfalls arm dran. Sie ist besser aufgestellt denn je. Krass. Seit der Gründung sind die Einnahmen der Stiftung von Jahr zu Jahr gestiegen. Im letzten Geschäftsjahr wurden über 165 Millionen US-Dollar von über 13 Millionen Menschen eingesammelt. Das Geld kommt von überall auf der Welt, größtenteils aber aus Europa, Nordamerika. Im selben Geschäftsjahr hatte die Wikimedia ein Nettovermögen von über 230 Millionen Dollar. Das sind größtenteils Cash und Investitionen zum Beispiel in Staats- und Unternehmensanleihen. Dazu kommen noch separate 100 Millionen im sogenannten Wikimedia Endowment Fonds, der den freien Zugang zu Wissen auch in ferner Zukunft garantieren soll. Aktuell sind das aber einfach nur weitere Investments, zum Beispiel in Aktienfonds, die möglichst viel Rendite einbringen soll. Die sagen quasi, it's awkward to ask. Also es ist peinlich tragen zu müssen. Und es ist überhaupt nicht peinlich. Wenn ich so viele Millionen in der Bank habe, dann ist es nicht peinlich. Es ist unverschämt. Nur ein Bruchteil der gesammelten Spenden wird genutzt, um die Website instand zu halten. Heute verfügt die Stiftung insgesamt über genug Vermögen, um die Server für weit über 100 Jahre betreiben zu können. Krass! Okay, heftig. Etwas Zeit auf der Website der Wikimedia Foundation und man weiß, wie gut die Stiftung aufgestellt ist und wo das Geld genau hinfließt. Die Seite ist aber leider nicht sonderlich übersichtlich und hat eben nur 7,6 Millionen Besuche pro Jahr und Wikipedia 180 Milliarden. Ui, gut, 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 gut. Viele Leute, die auf Basis der panischen Banner ein paar Euro spenden, werden sich nicht die Mühe machen, sich die Organisation vorher mal genauer anzugucken. Die gemeinnützige Wikimedia Foundation, die Infrastruktur für freies Wissen. ... sich nicht die Mühe machen, sich die Organisation vorher mal genauer anzugucken. Die Spenden für den Kaffee und die Unabhängigkeit der Plattform gehen vor allem an die mittlerweile 700 Mitarbeiter. 2022 hat die Stiftung 88 Millionen Dollar für Löhne und Gehälter ausgegeben. 2,7 Millionen Dollar sind für das Internet-Hosting von Wikipedia und anderen Wiki-Projekten draufgegangen. Viele Mitarbeiter arbeiten nicht in der IT, damit dein Besuch auf der Website reibungslos abläuft. Sie arbeiten im Marketing, in der Administration und in Finanzen. Damit die Spendenkampagnen auch weiterhin so gut laufen, beschäftigt die Stiftung eine Reihe von Fundraising-Experten, die genau darauf spezialisiert sind. Es werden Events und Konferenzen auf der ganzen Welt veranstaltet. Da ist jetzt aber natürlich die Frage, wie wichtig das ist, aber trotzdem so viel Angestellter zu haben, ob das vielleicht nicht einfach Sinn macht, für eine so große Seite so viele Leute zu haben. Wäre jetzt halt interessant, ob die da jetzt wahrscheinlich schon krank Profit rausziehen oder ob das halt einfach nur die Kosten ist, die man halt haben muss, um alles laufen lassen zu können. Geld für Lobbyarbeit ausgegeben. Außerdem wurden im letzten Jahr zum Beispiel rund 15 Millionen in Zuschüssen verteilt. Das Geld ging zum Teil auch an Organisationen, die nicht zu Wikimedia gehören, aber ähnliche Ziele verfolgen. Durch das ganze Geld, was aber reingekommen ist, haben sich natürlich die Vorstellungen, was eigentlich die Mission der Wikimedia Foundation sein sollte, ganz rabiat verändert. Die Wikimedia Foundation möchte jetzt viel mehr sein, als einfach nur das, was sie sich damals vorgestellt hat. Mit dem klar definierten Projekt von Anfang der 2000er hat die Wikimedia Foundation heute nur noch wenige Gemeinsamkeiten. Das Medienarchiv Wikimedia Commons, Wikibooks oder ein Tierartenverzeichnis sind weitere Projekte der Stiftung. 2021 hat die Stiftung außerdem das kommerzielle Unternehmen Wikimedia Enterprise gegründet. Das Unternehmen soll großen Tech-Konzernen einen leichteren Zugriff auf Wikipedia-Inhalte ermöglichen. Zum Beispiel in Form von solchen Infoboxen, aber auch durch Sprachassistenten wie Alexa und Siri. Wikimedia Enterprise soll eine neue, wichtige Einnahmequelle für die Stiftung werden. Wir haben die Wikimedia Foundation um Stellungnahme gebeten. Auf die Frage, warum die Kampagnen teilweise so weinerlich klingen, unser Hauptkritikpunkt, hat die Stiftung uns leider keine eindeutige Antwort gegeben. Die Stiftung hebt aber hervor, dass die Rücklagen der WMF die Betriebskosten von Wikipedia und den anderen Wikimedia-Projekten für nur 16 Monate decken könnten. Wie diese Betriebskosten aussehen, haben wir ja in diesem Video erläutert. Die Stiftung betont außerdem, dass nicht jeder in der Lage ist, Geld zu spenden und das auch in Ordnung sei. Oh, es geht wieder. Zu den Aufrufen in Indien schreibt die Stiftung, dass viele Inder die Enzyklopädie nutzen und sie denjenigen, die etwas spenden können und möchten, den Raum dafür bieten wollen. Die WMF schreibt außerdem, dass sie an den Spendenaufrufen arbeiten und dabei im regen Austausch mit den freiwilligen Editoren seien. Wikipedia kann dein Geld gut gebrauchen. Aber wenn du heute nicht spendest, wird die Plattform morgen nicht offline sein. Es wird sie vermutlich sogar noch in 10 oder 20 Jahren geben. Die Stiftung ist finanziell bestens für die Zukunft aufgestellt. Und das ist natürlich auch nicht schlimm. Eine durch Spenden finanzierte Stiftung nimmt es mit den Webseiten großer Tech-Konzerne wie Google, Meta und Twitter auf. Da kann die Stiftung schon ein finanzielles Polster gebrauchen. Und auch wenn hunderte Millionen Dollar an Vermögen viel Geld sind, im Vergleich zu Google und Co. ist das unfassbar wichtig. Es ist auch nicht verwerflich, massiv expandieren zu wollen und neue Projekte zu starten. Wir selbst nutzen Wikimedia Commons zum Beispiel immer wieder für unsere Videos. Aber warum nicht mit offenen Karten spielen? Warum so aufdringlich um Geld betteln? Bitte! Klicken Sie nicht weg! Bitte! Vor allem in Schwellenländern wie Indien. Warum so tun, als wäre die Unabhängigkeit der Website in Gefahr? Wird tatsächlich in Erwägung gezogen, doch Werbung zu schalten? Oder ist es nur plumpes Marketing und modernes, emotionales Campaigning? Teilweise soll man auch für das Engagement der ehrenamtlichen Editoren spenden. Ob die das so cool finden, wenn 88 Millionen US-Dollar der Spendengelder dann als üppige Gehälter an ein paar hundert Mitarbeiter fließen? Ich wollte gerade sagen, das ist ja übelst so dumm. Das ist wie ja, wenn ich sagen würde, bitte donatet mir ein bisschen Geld für meine Mods. Aber dann kriegen die Mods halt nix. In Wikimedia-Foren zeigen sich die Editoren von solchen Aktionen enttäuscht und fühlen sich ausgenutzt. Bei einer Umfrage unter ehrenamtlichen Editoren zur Spendenkampagne im vergangenen Winter waren sich nahezu alle Teilnehmer einig. Die Spendenbanner in ihrer jetzigen Form seien teilweise unwahr und nicht angemessen. Bei der darauffolgenden Diskussion nahm auch der Wikipedia-Gründer Jimmy Wales teil. Das Fundraising-Team der Wikimedia-Stiftung testet aktuell neue Entwürfe für die englischen Spendenaufrufe, basierend auf Vorschlägen der freiwilligen Editoren. Hoffentlich wird Wikipedia langfristig weiter auf das Feedback hören und die Spendenaufrufe global entsprechend anpassen. Denn am Ende ist es natürlich vor allem die leidenschaftliche Arbeit jener freiwilliger Editoren, die Wikipedia so toll und unterstützenswert macht. Cheers! Oh cool! Das war ein cooles Outro. Was denkt ihr zu dem Thema? Und wie hat Marcel sich geschlagen? Konstruktives Feedback- Marcel hat sich sehr gut geschlagen. Marcel, hörst du mir mal zu! Ich hab inzwischen gar nicht mehr gemerkt, dass es ein anderer Sprecher ist. Hat er gut gemacht. So antえー gut gemacht. Danke gut gemacht. Danke gut gemacht ich mich ihr Punsitein normaler war.